Hallo Community, moin moin Freunde von Dying Light 2. Es ist passiert, das neue Update ist da. Mit den Feuerwaffen, mit vielen neuen Missionen. Ich weiß nicht, jeder von euch hat die Zeit einfach immer meine Livestreams zu schauen. Deswegen habe ich einige Cuts und Best-Offs aus den vergangenen Livestreams zusammengefasst. Eine kurze Serie mit Tipps und Tricks zu den Events, zu den Feuerwaffen, wo findet ihr was, wie schafft ihr den Parcours in Run-Boy-Run. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich bin immer wieder live für euch. Montags bis Freitags auf YouTube ab 19.15 Uhr. Euch erstmal ein schönes Wochenende. Alles Liebe, alles Gute. Euer Swati sagt gute Unterhaltung. Tschö, tschö. Die machen wir jetzt noch einmal als Wiederholung. Wenn ihr die Aufgaben bekommt, dann kann ich daraus auch noch ein kurzes Video machen. Wenn ihr habt, ihr ja hier die Aufgabe, die Rammer zu töten und die Stürmer zu töten. Der Trick ist, ihr geht auf die Überlebensmission unbezahlbar. Jetzt spielen wir sie noch einmal. Machen wir es eben schneller. Ich will es ja eben einmal. Haben wir was hier oben? Nein, haben wir nicht. Wir haben alle vier unten. Okay, wir machen jetzt die vier Kästen hier und fertig. So, eben alle. Fangen wir hier an. Töten wir die eben und öffnen diese vier. Hier, und jetzt kommt ja gleich der Trick. Wo haben wir den letzten? Hier. Die sind immer ein bisschen anders verteilt. Manchmal stehen ein oder zwei oben, aber meistens sind sie drin. Und jetzt gehen wir erst zu zwei nochmal und schauen wieder nach. Sollte jetzt bei zwei ein Unhold in irgendeiner Form stehen, dann töten wir nur den Unhold. Aber wir haben einen, wir haben einen Stürmer da. Da ist er. Perfekt. Den töten wir jetzt. Fliegen wir zu eins einmal rüber, um den Spawn neu zu triggern. Hier haben wir eins. Jetzt wende ich bei eins. Das reicht auf jeden Fall. Und fliege jetzt direkt wieder zurück. Und jetzt sollte eigentlich was Neues gespawnt sein da hinten. Und da haben wir was Neues. Siehst du, da ist der Nächste. Den töten wir wieder. Und wir können wieder weg und das gleiche immer machen. Entweder taucht ein Stürmer auf oder eine Unhold-Variante taucht auf. Das ist immer neu. Ihr dürft aber folgendes nicht machen. Ihr dürft keine Kisten aufmachen und ihr solltet auch versuchen, alle anderen Gegner am Leben zu lassen. Das erhöht die Sicherheit, dass nur er neu spawnt. Und jetzt können wir hier wieder wenden und fliegen jetzt wieder zurück. Und jetzt sollte entweder eine Unhold-Variante oder ein neuer Stürmer am Spot sein. Und so kriegt ihr in einer Mission alles direkt durch. Nice Trick. Lese ich gerne, Chad. So, was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir einen Dicken da. Jetzt haben wir einen Dicken da. Den mache ich jetzt mal eben ganz elegant kaputt. So. Und dann könnten wir den auch wieder neu starten. Also es hört nicht auf. Einmal zu eins fliegen und machen. Aber auf keinen Fall die Kisten aufmachen. Und lasst auch die anderen Gegner in Ruhe. Dann habt ihr es ganz einfach geschafft.